Die meisten machen den Fehler, sie wünschen sich etwas. Ein Wunsch kann nie in Erfüllung gehen. Es sei denn, ich erfülle ihn in mir. Wie mache ich mich resonanzfähig? Wie baue ich mein bewusstes Wohlstandsbewusstsein auf? Ganz einfach. Solange ich in einem Mangelbewusstsein bin, zum Beispiel durch Glaubenssätze, man kann nun mal nicht alles im Leben erreichen oder es kommt nicht immer so, wie ich das gerne hätte. Das ist nun mal so im Leben. Das ist ein Mangelbewusstsein. Und solange ich dieses Mangelbewusstsein habe, verursache ich damit, man kann nun mal nicht alles haben und es kommt nicht immer so, wie ich das gerne hätte, aber ich merke nicht, dass ich das verursacht habe, sondern ich glaube, das Leben ist so. Also ich muss zunächst einmal in mir wohlhabend werden und spüren, fühlen, zu mir gehört die natürliche Fülle. Als Bewusstsein, als erwachtes Bewusstsein ist das sowieso selbstverständlich. Als erwachtes Bewusstsein weiß ich, zu mir gehört die natürliche Fülle. Nicht Überfluss, sondern Fülle heißt, alles, was ich zum vollen Ausdruck meines Lebens brauche, ist in dem Moment da, wo ich es brauche. Das kann für den einen sehr viel sein. Für jemanden, der als Eremit in einer Höhle lebt, kann das ein Krug Wasser sein, sein Wohlstand, weil mit Geld kann er nichts anfangen in der Höhle. Also jeder hat eben eine andere Form von Wohlstand, die zu ihm gehört. Aber für mich gehört zum Wohlstand eben auch spiritueller Wohlstand. Und das ist vielleicht der interessantere Teil. Das heißt also, dass ich meine natürlichen Fähigkeiten und Talente entdecke und fördere. Dass ich wirklich erwacht bin und als erwachtes Bewusstsein lebe. Dass ich vom Denken zur Wahrnehmung gekommen bin. Das alles ist für mich Wohlstand. Ja, und das sollte ich verwirklichen. Also jeder sollte seine Vorstellung von Wohlstand verwirklichen oder besser es dem Leben überlassen. Ich verursache den Wohlstand, der jetzt zu mir gehört. Dann weiß ich nicht, was das ist, wie viel das ist und wann das kommt. Aber ich weiß, es ist bestellt und damit kommt das auf jeden Fall. Also ich muss es erst in meinem So-Sein verwirklicht haben, den Wohlstand, die Fülle. Dann kann es erst außen in Erscheinung treten, weil mein So-Sein ja der Lebensfilm ist, der die Realität bestimmt. Was in meinem So-Sein nicht enthalten ist, kann nicht zur Realität werden, sprich Mangelbewusstsein. Was in meinem Bewusstsein, in meinem So-Sein enthalten ist, muss auf der Leinwand Realität zu meiner erlebten Realität werden. Also Wohlstandsbewusstsein ist in meinem So-Sein die Fülle verwirklicht haben, dann muss sie auch außen in Erscheinung treten. Heisst das, man muss gar nicht immer die gleiche Menge rausgeben, damit die gleiche Menge wieder zurückkommt, sondern geht es mehr darum, im Zustand als erwachtes Bewusstsein zu verweilen, sich diese Fülle in sich zu spüren und dann kommt, wenn man das jetzt bezieht auf den finanziellen Wohlstand, die zwei Millionen, die man schon in sich spürt, kommen die dann mit dem Gesetz der Resonanz zu einem. Nach dem Gesetz des Ausgleichs kann also nur herkommen, was ich gegeben habe. Ich kann nur bekommen, was ich gebe. Und ich muss immer zuerst geben, bevor ich bekommen kann, wie der Bauer, der kann auch nicht sagen, lieber Gott, schenk mir eine reiche Ernte, dann werde ich nächstes Jahr was säen. So rum geht es nicht. Ich muss also säen. Und die Menge der Saat bestimmt die Menge der Ernte. Wenn ich wenig säe, kann ich nicht viel ernten wollen. Also das Gesetz des Ausgleichs sorgt dafür, das, was du gibst, bekommst du in der gewünschten Form zurück. Und jetzt ist das aber nicht Tun. Tun ist eher nebensächlich, sondern Sein ist entscheidend. Also wenn ich erwachtes Bewusstsein bin, habe ich alles getan, gegeben für die natürliche Fülle. Ich habe mich bereit gemacht und dann bekomme ich die entsprechende Menge. Das heißt, die Menge, die dem Grad meines Erwachens entspricht. Nur so viel kann ich bekommen. Also dafür sorgt das Gesetz der Harmonie. Also um Ihre Frage zu beantworten, ich muss erst geben und dann kann ich bekommen, die Menge und die Art des Gebens bestimmt die Menge und die Art des Empfangens. Wunderschön. Und welche Fehler machen häufig Menschen, die reich werden wollen? Sie haben es gerade gesagt, ganz wunderbar. Das ist der Fehler. Sie wollen reich werden. Das geht aber nicht, ohne reich zu sein. Sie bleiben in dem Mangel und sagen, ich hätte gerne mehr. Aber das verursacht ja Mangel. Das verursacht ja, ich habe nicht. Und dann sorgt das Leben dafür, dass ich auch nicht bekomme, damit der Ausgleich da ist. Also ich sage, ich habe kein Geld. Sagt das Leben okay, geht in Ordnung. Ja, ich sorge dafür, dass es ganz reinkommt. Und dann wünsche ich mir das. Das heißt also, die meisten machen den Fehler, sie wünschen sich etwas. Ein Wunsch kann nie in Erfüllung gehen. Es sei denn, ich erfülle ihn in mir. Solange ich einen Wunsch habe, sende ich einen Mangel aus. Und den Mangel erfüllt das Leben dann. Das heißt also, ich verhindere damit selbst die gewünschte Fülle. Einige Menschen haben ja auch viele limitierende Glaubenssätze gekoppelt an Geld und an das Reichsein. Das fängt an mit die Stinkreichen und so weiter. Muss man diese Glaubenssätze und diese negativen Emotionen, die verbunden sind mit dem Geld, mit dem Reichtum, loslassen, loswerden? Oder reicht es auch hier wieder, als erwachtes Bewusstsein dies zu spüren? Das ist auch keine Frage, sondern das ist die perfekte Antwort. Diese Glaubenssätze sind Urteile. Wenn ich glaube, Geld verderbt den Charakter, gebe ich damit einen Auftrag an mein Unterbewusstsein, zu verhindern, dass ich auf keinen Fall zu Geld komme, denn ich möchte ja nicht meinen Charakter verderben. Das heißt also, jeder Glaubenssatz ist eine Ursache, ist eine wirkende Energie, die das bewirkt, was er beinhaltet. Das ist gesät und das wird geliefert. Also ich muss wissen, wenn ich Geld haben will, aber sage, Geld verderbt den Charakter, das schließt sich gegenseitig aus. Das geht so nicht, beides gleichzeitig. Jetzt muss ich mich entscheiden, was ich will. Wenn ich also Geld bekommen will, dann muss ich aufhören zu glauben, dass es meinen Charakter verderbt, sondern dass ich den Mittelweg wähle und sage, ich bekomme jetzt so viel Geld, wie stimmig zu mir gehört. Da verursache ich nicht eine bestimmte Summe, sondern ich verursache das Stimmigsein. Ah, jetzt weiß ich, okay, da gibt es keine Störung. So viel, wie zu mir gehört, kommt zu mir. Wenn jetzt dann zum Beispiel aber gar nichts kommt, dann merke ich, aha, dann muss ja noch ein Hindernis in meinem So-Sein sein, das verhindert. Weil ich habe ja verursacht, dass Entsprechen kommt. Und wenn nichts kommt, dann heißt, nichts entspricht mir gerade noch. Das heißt also, da sind Hindernisse des Reichwerdens. Meistens sind das verborgene Glaubenssätze. Ja, und dann sollte ich die überprüfen oder noch einfacher durch erwünschte Glaubenssätze ersetzen, überschreiben. Ja, da muss ich die Macht der Wiederholung einsetzen. Wenn ich sage, ich finde die verborgenen Glaubenssätze gar nicht, die sind irgendwo im Unterbewusstsein, dann suche ich mir neue Glaubenssätze und verankere die durch die Macht der Wiederholung maximal 21 Mal hintereinander. Verursache ich diesen Glaubenssatz. Der radiert den anderen aus im Unterbewusstsein und überschreibt ihn neu, sodass der neue Glaubenssatz wirksam wird. Und dann kann ich das erreichen, was ich wollte. Even... ... ... ... ... ...